Und herzlich willkommen beim Podcast Liebe Deine Klarheit. Ich bin Manuela Starkmann und möchte dir in dein Leben mehr Sinn, Spaß und Spirit bringen. Es gibt keine Energiewampire. So, alles, was ich in diesem Podcast sage, ist meine Meinung und meine Erfahrung. Wenn dich dieser Titel anspricht, dann sei bitte jetzt ganz offen, weil entweder ist es ja eh so, dass ich das bestätige, was du in dir eh schon so trägst und lebst oder andere Möglichkeit, du denkst dir, was für ein Scheiß. Gerade im zweiten Part möchte ich dich gerne darum bitten, dass du tatsächlich so offen bist, wie du nur kannst, um dir diese Sichtweise anzuhören. Und für beide Situationen, offen bis dagegen, wünsche ich mir von dir, dass du für dich das rausnimmst, wo du denkst, ja, so ist es bestätigend. Ja, so macht es auch Sinn. Es ist ein bisschen anders, als ich es bisher gesehen habe. Und daraus mache ich jetzt für mich das, was für mich stimmig ist, also was für dich stimmig ist. So, es gibt keine Energiewampire. Was es gibt, sind Arschlöcher, Egoisten, Lügner, Betrügner, Betrüger, Dumme. Ja, aber die Intention dahinter ist eine ganz andere und die offenbare ich dir gleich mal, diesmal am Anfang vom Podcast. Wenn du davon ausgehst, es gibt Energiewampire oder wie immer du die nennen möchtest, dann findet etwas ganz Ungünstiges für dich statt. Du bist in der Opferhaltung und du gibst die Verantwortung im Außen ab. Nämlich, da kann im Außen jemand bei dir etwas abzapfen. Jetzt fühl da mal echt rein. Vielleicht wird es ein Foto, ein Bild, ein kleiner Film. Und möchtest du dich so klein machen, dass du sagst, ich ahme es, ich kann ja gar nichts dafür. Ich bin ja so, wie ich bin, aber da draußen ist ein oder sind mehrere Energiewampire im, keine Ahnung, privaten und beruflichen Bereich. Und die zapfen mir einfach meine Kraft ab. Also in meinem Leben habe ich wahnsinnig gerne die Verantwortung. Für mich ist es keine Sichtweise. Und der Punkt ist, lass ihn mich doch drehen. Nebenbei Tipp erwähnt. Der letzte Podcast, die letzte Folge hieß, wenn zur Zeit nicht deine Zeit ist. Das kann auch gerade noch zusammenpassen zum Thema Energiewampire. Also, wenn dir klar ist, ja stimmt, es ist eine andere Einstellung. Wenn ich nicht sage, ich bin das Opfer, da draußen sind Energiewampire, die können mir etwas abzapfen. Oder noch schlimmer, es gibt irgendwelche in der spirituellen Szene, Guru, Laberer, die dir erzählen, dass du einen Schutz aufbauen musst. Lass es mich in kurz sagen. Nein, brauchst du nicht. Was dein, nehmen wir gerne das Wort, Schutz ist, wenn du es ganz anders siehst. Wenn du einfach nicht sagst, ich gebe jetzt die Verantwortung ins Außen ab, weil die Energiewampire, da kann ich gar nichts machen, die zapfen mir hier meine Kraft ab. Sondern wenn du, und dafür gibt es diesen Podcast, lebe deine Klarheit. Wenn du wirklich bei dir ankommst, das ist der beste Schutz, den du haben kannst. Nämlich nicht dich negativ darauf konzentrieren, dass du einen Schutz aufbauen musst, weil dann gibst du ja da eine ganze Aufmerksamkeit zum Negativen, das du gar nicht willst. Gib doch deine Aufmerksamkeit zum Liebevollen, Achtsamen, Positiven. Das, was du willst. Nämlich du willst offensichtlich deine Ruhe haben. Du willst deine eigene Kraft für dich vorrangig verwenden. Und dann natürlich auch im privaten, beruflichen, sozialen etwas damit anfangen. Aber als erstes ist doch immer wichtig, dass du in deiner Klarheit bist. Dass du in deiner Kraft bist, in deinem Spirit. Ganz bodenständig, ganz geerdet, mit beiden Beinen auf der Erde. Darum sind die nämlich zwei und auf der Erde. Wir sind nicht mit dem Kopf im Himmel. Da ist noch ziemlich viel Luft, zumindest zwischen meinem Kopf und oben. Und das soll auch genauso sein. Wir sind jetzt lebende Menschen. Seele, Geist, Körper. Reinkarnierte Seelen. Und wir leben gerade alle auf diesem Planeten, der grundsätzlich, wenn ihn die Menschen nicht noch weiterhin kaputt machen, echt schön ist. Aber es geht darum, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst. Dass du Verantwortung übernimmst. Und glaub mir, das ist was Wunderschönes mit der passenden, der, ich nenne es jetzt mal so, richtigen Sichtweise. Und wenn du nicht zum Opfer dich selber machst, unabhängig jetzt mal, was in deinem Leben passiert ist. Ich denke, keine Ahnung, in der Schulzeit, in der Kindheit, in der Jugend, vielleicht auch als Erwachsener, wird es immer mal Situationen geben, wo wir nicht ganz selbstbestimmt sein können, sage ich jetzt mal so vor mich hin. Mir geht es aber um die Basis. Und Klarheit ist eine Basis. Mir geht es um die Basis, dass du dich davon entfernst, dass es Energiewampire gibt. Und weißt du, ich bekomme manchmal Anfragen, ob ich irgendeinen Schutz aufmachen kann oder Fernheilung, weil da irgendjemand an dem, der sich bei mir meldet, angeblich rumdoktert. Da habe ich erstens ein ganz großes Nein in mir, da kann ich und will ich und werde ich nicht helfen. Der Mensch muss erst mal so weit kommen, dass er für sich anerkennt, was er alles an Kraft hat, welcher Schöpfer er ist. Und aus der Hinsicht auch, was er selbst erschaffen kann. Und sich darauf zu fokussieren, dass da irgendwer, warum habe ich nicht verstanden, sich die Mühe machen sollte, jemandem was Schlechtes zu schicken und Schmerzen zuzufügen. Bei aller Liebe, da bin ich vielleicht wieder eher ein sehr, ja, ich bin Gott sei Dank ein sehr bodenständiger Guide und Heeler. Da kann ich persönlich nichts mit anfangen. Es ist nicht, dass es den Menschen handlungsfähig macht. Es ist nicht lösungsorientiert. Und alles, was ich tue im Podcast, im Guiding, in den Büchern, in den Events, ist, dich ganz klar zu einem bodenständigen, geerdeten, gesünderen, zufriedeneren, glücklicheren Menschen zu machen. Das bedeutet, dass du dir klar wirst, dass du der Anfang und das Ende bist in deinem Leben, im positivsten Sinne. Du bist der Schöpfer. Du bist der, der dir die Kraft und die Energie gibt. Und, noch mal den Verweis zu dem Podcast davor, es wird Zeiten in deinem Leben geben, da ist es kein ganz großes, juhu, kenne ich, habe ich in diesem Winter auch. Und schon so lange, dass ich mir denke, oh Gott, bleibt das jetzt? Nein, tut es nicht. Das gehört zur Heilung dazu. Und immer mehr in seine eigene Klarheit zu kommen, bedeutet Selbstheilung. Wie soll ich denn sonst hinkommen zur Klarheit? Da müssen ja erst Sachen weg. Du kannst es auch Persönlichkeitsentwicklung nennen. Das ist auch wahr, aber es ist mir zu außen um den Ball. Ich mag lieber die ganze Kugel. Und das ist Selbstheilung. Und zwar auch wieder nicht von außen, sondern von innen heraus, weil Klarheit immer mehr da ist. Was will ich? Was will ich nicht? Was verändere ich in meinem Leben? Auch noch mal mein immer wieder führender Verweis, kümmere dich auch drum, was du deinem Innen zuführst. Also an Nahrung, an Getränken, an Bildung, an Filmen, auch an Menschen mit deren Meinung. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, sich die ganze Zeit zu denken, der Kollege mir gegenüber ist ein Energiewampir. Komm doch echt dahin, dass du sagst, was stimmt an der Situation nicht. Und ja, wie in meinem Leben auch, gibt es Situationen, wo ich im Endeffekt auch mit meinem Gegenüber ein Gespräch haben muss. Und es befindet sich mal wieder im berühmten love it, change it or leave it. Liebe es, verändere es oder lass es sein. Doch der Anfangspunkt bin doch immer ich. Und wenn ich feststelle, dann nimmt mir was gerade Energie oder jemand nimmt mir Energie, dann komme ich nicht auf die Idee, dass der da irgendwas Fieses da rumfummelt, sondern dann komme ich auf die Idee, was stimmt in der Situation nicht. Nimm mal die Fragen mit auf. Was stimmt an der Situation nicht? Was will mir die Situation und oder dieser Mensch in dieser Situation im Subtext sagen? Was in der Geschichte ist hier für mich? Was kann ich daraus lernen? Und ganz wichtig, wo eint sie sich mit anderen bremsenden Aspekten in meinem Leben? Die Frage ist besonders wichtig, weil oft, manchmal kann man es zeitlich nacheinander in dem Fall sehen, dass immer wieder der Nächste und der Nächste und der Nächste Partner immer nichts ist. Aber manchmal ist es doch auch so, dass es zeitlich quer ist. Irgendwie passt es nicht mit der Wohnung, mit irgendeinem Freund, also Kumpelspätzl geht es auseinander. In der Arbeit passt es auch nicht. Und wenn man das mal ganz genau anschaut, stellt man auf einmal fest, ja, das liegt an XYZ. Und jetzt eben die Transformation. Komm bitte nicht weiter auf die Idee, dass diese drei Situationen die Energiewampire sind oder die drei dahinterstehenden Menschen, sondern komm doch bitte auf die Idee zu sagen, was sagen mir diese Hinweisschilder? Wo geht die Richtung hin? Wahrscheinlich erst mal mit einem leisen Blick in die Vergangenheit, um zu gucken, warum passiert das immer wieder? Auch nicht mit der Schuldfrage. Auch Schuld ist keine gute Idee, sondern dahin, wo ich dich in diesem Podcast führen möchte. Löse deine Fesseln. Dazu habe ich auch ein Event. Löse deine Fesseln, um zu erkennen, dass du die Kraft hast. Nicht die anderen nehmen sie dir, sondern du hast die Kraft. Wenn du folglich feststellst, ja, da ist schon jemand, da geht es mir nicht gut mit. Im Privaten wird es einfacher sein, als im Beruflichen. Wenn ich mit dem zusammen bin, da kenne ich viele Situationen vom Erzählten als auch selber. Wenn ich mit dem zusammen bin, der jammert immer nur jeder. Jeder ist irgendwie doof in dem sein Leben. Der Chef ist doof. Die Nachbarn sind doof. Die Freunde sind doof. Die Supermarktkassiererin ist doof. Wenn ich mich mit dem unterhalte, geht es mir jedes Mal schlecht. Hervorragend. Die Klarheit ist zu erkennen, diese Art, die dieser Mensch transportiert, zum Beispiel jammern oder immer über andere lästern, immer nur das Negative sehen, da bist du schon viel weiter. Das gefällt dir nicht mehr. Das möchtest du eigentlich nicht mehr aus Freundlichkeit anhören, sondern gar nicht, weil es deine Energie irgendwie nicht vampirisch vermindert, sondern einfach so, das ist, also so geht es mir, das ist so langweilig. Das führt zu nichts. Das ist verbummelte, nicht wiederkehrende Lebenszeit. Will ich nicht. Willst du nicht. Und wieder zurück in der Situation, wenn du dann feststellst, mir bringt das nichts. Mir geht es nach so einem Gespräch und jetzt kommen wir wieder echt hin. Energievampir, woher das Wort wahrscheinlich im Ursprünglichen stammt und was es wirklich bedeutet. Mir geht es danach nicht gut, wenn ich mich mit dem Menschen unterhalten habe. Ich weiß jetzt, was alles Scheiße ist in seiner Welt von diesem Menschen und wie doof die anderen alles sind und wie schlecht und bla bla bla. Dann ist nicht der, der Energievampir, was du erkennen sollst, sondern darfst du erkennen, dieser Mensch und auch diese Einstellung passt nicht mehr zu mir. Drum sage ich jetzt Nein, danke. Und dafür wirst du feststellen, wie toll es mit anderen Menschen und Situationen ist, mit anderen Menschen, die du vielleicht in einem Vortrag kennenlernst oder in anderen Situationen, wenn du in den Wald gehst und einfach merkst, boah, wie gut tut mir das sein, wie gut tut mir das, in der Natur zu sein. Kann ich dich erreichen, was ich damit meine? Es gibt keine Energievampire. Kann ich dich damit erreichen, welche Kraft du hast und dir wirklich auch die Freude, den Mut ans Herz legen zu sagen, ich sehe diese Situation jetzt viel klarer, komme damit viel mehr in meine eigene Klarheit zurück und damit habe ich auch wieder Raum für meine Selbstliebe und Klarheit und Selbstliebe sind wundervolle Ratgeber für was will ich in meinem Leben und was will ich nicht mehr und demzufolge, wie verändere ich mich, meine Einstellung, meine Ausstrahlung, mein Leben. Guck doch bitte auch mal auf meine Homepage manuelastarkmann.com Da findest du übrigens einiges an Büchern als auch Events. Gerade löse deine Fesseln möchte ich dir ans Herz legen, ebenso wie der eine Event geht über Hochsensibilität leben, der andere, es gibt noch mehrere, über Spiritualität und Selbstheilung. Ja und dann danke für Podcast anhören, abonnieren, Fünf-Sterne-Feedback geben, gerne auch was Schriftliches dazu. Ich bin immer ganz berührt, wenn ich lese, wie klar der ist, wie direkt, wie ehrlich, wie frisch und dass er offensichtlich auch Leben verändert. Dafür mache ich das nämlich. Dieser Podcast ist nicht für mich. Dieser Podcast ist für dich. Alles Liebe, Gesundheit und Frieden, dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Liebe deine Klarheit.